Juhu! Ich kann fliegen! Ja auch! Ich bin Batman! Stell dir mal vor, hier wär irgendwo so ne Spiderweb und da kommt so ne Spinne und hält uns für fliegen und frisst uns da drauf. Oh oh, da sind viele Viecher, Raffi! Dann geh von der Druckplatte runter! Ja, du bist rausgeflogen! Willst du mich eigentlich manchmal? Willst du mich eigentlich manchmal? Manchmal glaub ich, du willst mich ein bisschen verarschen. Manchmal glaub ich, du willst mich ein bisschen verarschen. Ich glaub, jetzt können wir nicht schlafen, weil der direkt vor der Haustür steht. Wenn du mich schnell umbringst, schau, ich regeneriere. Doch, ich kann schlafen. Wurde es rausgenommen? Meinst du? Ich würd sagen ja, weil der ist so nah. Oh, wie es knistert, als hätten wir so Kaminfeuer. Schön, oder? Ich glaub, ich stell mich, wir brauchen einen Zuschauer, dass es die ganze Zeit hin und her transformt hinter nem Feuer. Oh, schön knistern. Da ist das Feuer schonmal. Uns fehlt nur noch das Knistern. Da ist auch irgendwo ein Creeper grad geweckt. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Ahah, oh, 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 oh. Ahah, ah, 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 ah. Ich kann nicht sprinten, sonst hätte ich ihn da abge... Ahah, ah, ah, ah. Schawo, das war knapp. Oh mein Gott. Was machst du denn bitte? Ich habe ihn zweimal gehauen und es hat nichts gebracht. Du hast ihn einmal gehauen. Nein. Hast du es genau gesehen. Doch. Herzlich willkommen und so. Zu Galacticraft. In Minecraft. Deswegen heißt es ja. Warum heizt man nicht hinterher? Was machst du eigentlich Schabo? Du bist so nutzlos. Was denn? Das ist nichts. Was? Der war auf dich fixiert. Der ist wegen dir explodiert. Herzlich willkommen zurück. Versuch dir eigentlich nur zu helfen, ja? Ich brauche jetzt endlich meinen Zauberstabdurchsgeber ordentlich einen reinhauen kann. Jo, jo, jo. Du kriegst kein Fleisch mehr von mir. Wann habe ich denn mal Fleisch von dir bekommen? Keine Ahnung. Ich habe noch nie Fleisch von dir bekommen. Wir brauchen jedenfalls, wir müssen mal produktiv sein, okay? Okay. Was brauchen wir, Schabo? Was brauchen wir? Warte, dafür muss ich in mein schlaues Buch gucken. Und wir brauchten den Inscription Table. Sehr richtig. Das hast du sehr gut erkannt. Dafür brauchen wir was? Was? Ja. Paper, genau. Ja, Paper. Und ein Spell Chargement. Hast du eine Feder gefunden? Ähm, nein. Ich habe keine Chinkens gefunden. Aber ich kaufe, äh, ich kaufe mir wohl... Was? Was labbe ich? Ich kaufe mir eine. Ich mache erst mal das Spell Parchment, okay? So, hier. Spell Parchment. So, ich habe auch Holz. So, das passt. Dann verwandle ich mich gleich nochmal in eine Fledermaus und schaue, dass ich ein paar Chikens finde. Das ist eigentlich eine gute Idee. Und vielleicht leitet euch noch ein paar Pigs und mal schauen. Könnt ihr auch mal ein bisschen Fleisch gebrauchen? Ah, ich hänge an der Tür fest. Hilf. Oh, Squids. Nehme ich auch mal mit. Vielleicht brauchen wir irgendwann noch... Nein, jetzt werde ich zum Squid. Das unnützeste Tier, das ist hier. Nein, nein, nein. Da muss man ins Wasser, sonst verliert man Luftblasen. Was umgekehrt? Wie geil sind das bitte? Ja, das macht Sinn, ne? Ja, schon. Das ist ja voll durchdacht eigentlich. Hier ist noch eine Quelle. Mit dem türkisen Zeug. Brauchen wir noch mehr Sugarcane? Hier ist ganz viel. Ja, nimm einfach mal mit. Oh, ich dachte, voll die coole Area habe ich hier. Das hügelige. Das mag ich. Ich mag es auch eher hügelig. Flach ist nicht so mein. Nicht? Ne, flach ist langweilig. Okay. The amount of Witzigkeit ist too damn high. Ich habe schon wieder so viel Hunger, dass ich Schaden kriege. Das hat mich sehr erschrocken mit diesem Geräusch von der Fledermaut. Aber ich... Oh, nein, Schafe. Soll ich Schafe mitnehmen? Naja, ich habe die auch gerade gelassen. Ich tue trotzdem mal eins. Hast du, du warst noch keins, oder was? Ne. Ist doch mal voll lang zum hin und her wechseln. Oh, Kühe. Alles eins. Bin auch auf der Jagd. Ich finde alles außer Chickens. Creeper, äh, was weiß ich, äh, Dings, Hühnchen, äh, nicht Hühnchen, äh, Kühe, äh, Pigs, Schweine, Wölfe. Aber kein Chicken. Na, ich auch noch nicht. Vorhin hatte ich mal welche gesehen, so ganz am Anfang. Also vorhin. In der allerersten Folge. Damals. Damals. Ach, oh, ich habe welche. Sogar vier. Ich nehme auch mal gerade einen Squid mit. Das wäre echt zum Chicken. Ja, ist doch klar. Kann ich damit fliegen eigentlich? Oder ich kann dann langsam nach unten fallen. Squid sein macht Spaß. Oh mein Gott. Squid sein ist cool, ja. Muss man mal so lassen. Vor allem, weil man sich die ganze Zeit dreht. Wie cool ist denn das bitte? Als Chicken fällst du echt langsam nach unten. Du hast so einen, wie so einen Gleiter, ne? So könnte man es bezeichnen. Aber ich glaube, ich habe genug. Ich habe vier Federn. Das dürfte reichen für das erste, oder? Was sagst du? Ja? 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 Ja, Mensch. Okay. Sicher? Okay. Sicher? Ja? 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 Ja. Ich habe gar ein bisschen Fleisch für dich dabei. Ja, ja, ja. Oh, noch ein Chicken. Alles meins. Ich meine natürlich unseres. Aber noch mehr Chicken. Bist du in der Wüste, oder was? Ich bin gerade zu unserem Spawnpunkt zurückgeflogen. So ein bisschen in die hügelige Landschaft. Ach so. Aber ich bin wieder auf dem Weg zurück. 130 Meter noch. So, aber ich habe sogar zehn Fleisch gefunden. Geil. Das heißt, ich habe sechs Raw Chicken und zehn Raw Beef. Oh, wieder. Also, es ist eigentlich ganz schön praktisch, einfach mal so rumfliegen und ein bisschen Kannibalismus betreiben. Wie ein Schwein hier baust. Ganz schön sozial. Ja, das ist ein... Ich bin ein Sozialschwein. Oh nein, du ertrinkst! Erweiterst du das noch ein bisschen? Oh, ich will einen Enderman haben. Erweiterst du das noch? Ja, ich habe noch den Sugarcane gefunden. Ich gebe dir auch noch ein bisschen Sugarcane-Warte hier. Weil bei Enderman kannst du dich, glaube ich, so herteleportieren. Das ist noch Sugarcane. Ja, warte, ich habe... Es liegt links davon. Ach, hier komme ich nicht. Nein! Weil ich so breit bin. Schau, warum bist du so breit? Ich weiß es nicht. Oh, oh, das war die falsche Wahl. Ich habe gerade das Falsche gewählt. Oh, ich bin nicht verbrannt. Puh! Ich bin stolz auf dich. Ja, das war knapp. So, ich gehe mal ein bisschen Fleisch beraten. Ich habe sogar noch Sand. Cool. Kannst du dir da auch was nehmen, wenn du willst. Ich bin mal so nett und gebe dir was. Oh! Oh! Ja, ich weiß. Ich bin ziemlich sozial heute. Ich habe noch einen guten Tag. Wieso? Wieso krank? Ja, ein bisschen. Raffi ist krank. Er ist heute sehr sozial. Er hat die Sozialingitis. Boah, das ist schon echt schlimm. Das ist eine Spinne. Ey. Oder Fredi? Hey, du bist eine Spinne. Ich war aber schon. Ne, ich war noch keine Spinne. Stimmt. Oder? Voll cool. Ich habe meine Spinne nicht. Ein Feind nicht. Komisch. Vielleicht habe ich die auch gelöscht. Ich erweitere unser Feld mal noch ein bisschen. Hast du noch Samen? Ja. Ich habe noch einen Samen übrig. Meinen letzten. Hast du noch eine Hoh? Ja. Lass mal Hohen ein bisschen. Ne, 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 ne. So, die habe ich hier nicht. Ne, 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 ne. Oh, schau mal, das ist schon gewachsen. Ich betreibe mal ein bisschen Landwirtschaft. Das hier ist auch schon gewachsen. Dann gibt es jetzt unser zweites Brot gleich, wa? Oida. Das erste habe ich direkt verschlungen. Das hat mir nicht geholfen. Ich muss mich schon zweimal umbringen. Aber jetzt ist ja alles gut, denn wir haben jetzt Fleisch. Ob ich nochmal sechs Samen rausgeholt habe? Also, ich glaube, wenn wir das Feld hier groß genug machen, dann dürfen wir hier keine Probleme mehr haben. Es sei denn, es kommt irgendwann ein Creeper. Und, ja. Du bist halt nicht sehr sicher, das stimmt. Achso, hast du das Fleisch noch rausgenommen? Ein bisschen was habe ich genommen. Ich habe auch Neues nachgelegt. Oida. Aber du hast das ganze Schweinefleisch genommen, gell? Ne, Steak habe ich genommen. Ja, mein ich ja. Ja. So, aber Feder habe ich jetzt. Feder und Spellparchment habe ich. Dann brauchen wir Slabs und zwei Holz. Torch, 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 Torch. Torch habe ich auch. Brauchst du Slabs? Holz habe ich eigentlich genug in die Kiste getan. Ja, ich hole mal drei Holz raus für einen Slab. Ja, ich habe ihm nämlich geholfen. Oh, oha. Ja, man muss das immer dazu sagen, ne? Guck mal, ich habe jetzt noch so eine blaue Eins. Wo? Über meinen Erfahrungslevel. Achso, das ist gut. Heißt das, ich habe noch ein Level übrig? Warte, wie heißt das? Du brauchst, äh, wie heißt das? A, Mui, ah genau. Gib mal A, Mui, C, V, G, äh, C, F, G. Und nein, also Strich. Was? Wie schreibe ich das? Strich, A, M, U, I. Und dann kannst du hier einfach, oder einfach A und dann Tab drücken. Das geht auch. Okay. Was? Du hast gesagt Strich, A, M, U, I. Ja, halt Slash. So wie Command. Achso. Ich war jetzt im Inventar unterwegs. Slash, A, M, U, I. Und dann? CFG. Achso. Und dann kann ich was machen? Drücken. Ja, und jetzt sehe ich hier ganz viele Dinger. Genau, das ist nämlich das, wo das deine ganzen Sachen sind. Wenn du es unten auf Options klickst, ne, dann kannst du bei Minimal Hard Yes oder No machen. Das heißt, das ganze Zeug wird dir nur angezeigt, wenn du auch wirklich mit Ars Magica was machst. Wenn du so ein Spell zum Beispiel in der Hand hast. Ah, das ist super. Ich habe nämlich Minimal Hard 1, damit es nicht die ganze Zeit da ist. Und hier kannst du es halt dann verschieben, wo die ganzen Sachen angezeigt werden. Ja, das ist okay. Gut. Habe ich dir weitergeholfen? Äh, ausnahmsweise mal. Ich habe mich nicht voll informiert, ja. Ich wollte es auch, aber ich habe nicht die Zeit dafür. Tja. Aber jetzt, wo du denkst, dass du Abitur hast und du denkst, dass du viel Zeit hast. Hast du denn schon dein Abiturzeugnis, Raffi? Ja, klar. Ja, echt? Warum kann ich das nicht hinsetzen? Ich glaube, wir müssen unser Häus vergrößern. Wir haben zu wenig Platz, okay. Ja, dann machst du einen kleinen Anbau. Wie wäre es nach hinten? Ja, so. Ja, ist okay. Mach ruhig. Ich dachte, du machst was. Oder einen zweiten Stock. Alter, wie der Server gerade richtig... Achso, ne, ist kein Wasser da. Ja, schieb's wieder auf den Server, ist klar, gell. Ja, sicher. Das ist eigentlich immer die einfachste Methode. Schämlich. Der Server ist schuld. Wie der Server abkalkt. Gass mal den Baum hier unten abholzen, bitte. Ich habe keine Axt. Mach dir eine. Doch, ich habe eine Axt. Wie ich dich angelogen habe. Boah, ich bin so ein Badass heute. Ja. Ja. So ein Internet-Badass. Ja, ich verarsche alle. Oh ja. Ich wäre dafür, dass wir hier vielleicht sogar einen zweiten Stock dran bauen. So dahinter. Was sagst du dazu? Das ist eine gute Idee. Ich habe nur gute Ideen, Schau. Du sollst nicht lügen. Wie hoch ist denn dieser Kackbaum? Das reicht ja, obwohl der doch noch Holz noch mehr hat. Ja, ich hasse das immer, wenn so die Krone stimmen. Ja, ich auch. Das ist übrigens ziemlich dunkel. Ja, dann sollten wir vielleicht gleich wieder schlafen gehen. Ja, das war so generelle Kritik an Minecraft. Achso, okay. Wenden sie sich an Notch. Hast du noch Holz? Ja, ein bisschen, ja. Ich habe auch noch Sugarcans, wenn du die Farm noch ein bisschen erweitern willst. Ah, ich brauche gleich erstmal einen Eimer, sonst komme ich da nicht weiter. Okay. Ja, ich habe einen Eimer, Schau. Ja. So, dann machen wir das Ding hier noch zu und dann gehen wir schlafen. Da ist auch noch Holz. Schau, äh, da oben. Hier, ist noch ein Baum, gell? Ja, da komme ich jetzt aber gerade nicht dran. Ja, dann mach, dass du dran kommst. Ich habe heute kurze Arme, ich bin ein T-Rex. Das ist auch der einzige Grund, warum T-Rexe früher keine Schuhe getragen haben, weil sie sich die Schnürsenkel nicht zubinden konnten. Die Arme, die sind ganz schön gestraft irgendwie. Die wären auch nicht an den Klettverschluss gekommen, das wäre keine Hilfe gewesen. Guck mal, jetzt kannst du zumindest hier das Ding zubauen. Huch, Hilfe. Ja, aber wir machen sowieso einen zweiten Stock drauf, dachte ich. Achso, ja. Äh, dann machen wir es aber drei hoch. Drei hoch, oder? Ja, schon drei hoch. So. Hätte ich gesagt, oder? Ja, ist doch gut, Mensch. Ja, okay. Dann können wir den Rest von außen machen. Plupp. Sehr gut. Wie ich hier sogar einen Durchgang gebaut habe, schau. Als bin ich du und du bist ich. Mann. Können wir nicht so tun, als wären wir selbst... Das merken die Betten dann doch gar nicht. Also wenigstens als Spieler sollte man sich hinlegen können. Ja, das finde ich auch cool. Warte, ich muss mich noch verwandeln in mich. Heute spiele ich mal mich. Oida. Krass. Deine Arme wackeln, wenn du im Bett liegst. Will ich mal zum Arzt mitgehen? Ich habe spastische Bewegungen. Spastische. Spastische. So, das andere Ding hast du auch? Ja, ich habe beides. Okay. Es sah so aus, als wäre da nichts rausgekommen. Wo geht die Treppe dann nach oben? Ich bin mir gar nicht sicher, wo wir hin bauen. Ja, machen wir einfach mal hier so. So? Ah, ah, ah. Okay, verstehe. Nicht kaputt gehen. Hast du mir eine Axt abbauen? Ah, okay. Äh, so? Ich habe es nicht. Ah, so schon. Oder? Passt. So, dann kann man da dran gehen. Oh, schön. Jetzt hast du nämlich hier oben alles, was du schon researched hast, gell? Hm? Genau. Genau. Jetzt müssen wir hier jedenfalls mal einen Book und einen Quill reinlegen. Book und Quill. Genau. Es gibt irgendwie so einen Texturfehler, wenn man da drauf klickt, ne? Wo? Also dann im Not Enough Items. Auch wenn du auf Project Tile gehst, dann sieht das bei mir aus, als wäre irgendwie gerade der Shader aktiviert worden. Sieht komisch aus. Egal. Was? Du bist hier, ne? Wenn du auf Project Tile oben gehst. Drauf klickst. Ja. Ne, nur drauf gehst. Ne, ist bei mir nix. Verändert sich bei mir alles. Ach so, aber nicht dramatisch. Ne, ne, aber irgendwie als ob der Shader an wäre. So. Hast du auch so einen Book und Quill für mich, oder muss ich mir das erzählen? Äh, ne, ich hab nur einen Inkstack. Das ist hier drin. Aber ich weiß, ich weiß, wo wir noch was finden, Schabo. Ja, ich auch. Ich hol mir gerade eins, warte. Okay, dann muss ich das nicht machen, oder? Nein! Hä, was? Ich hab mich gerade von Freddy Ruff zu Freddy Ruff verwandelt. Das ist eine krasse Veränderung. Oh ja, ich könnte ein evil looking Book machen. Was kann das außer dich böse anschauen? Keine Ahnung. Soll ich dir, ich mach dir schon mal ein Buch, weil ich so nett bin. Hm, danke. Na, ich weiß schon. Ziemlich sozial. So, jetzt hab ich drei. Ich glaub, ich such noch schnell einen. Damit wir nicht jedes... Oh, hier ist eine ganze Herde. Oh. Sind das Herdenkirchen? Sagt man das unter... Ne, dann sagt man Schwarm, ne? Nicht Herde. Obwohl Schwarm... Welche Federn haben wir sogar noch. Hab ich welche geholt für dich. Bin ich nicht nett. Oh. Ich trinke Hilfe. Ein Zombie. Zombie. Wie die aushalten. Krass. Der Rest ist mir jetzt zu nervig. Ich bring doch nur vier mit. Banane. Banane. Wieso Banane? Banane, Banane. Ja, was? Keine Ahnung. Warum singst du mal... Bist du ein Minion? Ja. Banane. So, ich hab noch ein bisschen was abgeholzt. Hier hast du schon wieder elf Seeds bekommen. Hast du mein Buch hin? Ey, warte, ich geb's dir gleich. Und ne Feder brauch ich auch noch. Unsere Farm wird bald exponentiell wachsen. Wenn man Abitur hat, dann kann man solche Ausdrücke benutzen. Ja. Okay. Dann darf ich die auch benutzen. Ne. Doch. Ey, ich hab schon viel länger Abitur. Ich hab schon viel länger Abitur als du. Wo du. Fee, da brauch ich auch noch. Äh, ja, die ist in der Chest. Hab ich. Hab ich. Hab ich. Danke. Bitte. So, jetzt pass auf. Okay, das tust du mich dann... Ja, warte, 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 ich bin doch noch nicht so weit. Ich bin nicht so weit. Chill doch mal ein bisschen. So, jetzt hab ich's. Okay. Bist du rest ready? Ready, ready? Ja, Mensch. Ready, ready. Hier so reintun, okay. Jetzt mach ich erstmal meins. Dann ziehst du das auch, wenn ich das nach unten ziehe? Hast du's angeklickt oder nach unten gezogen? Ich hab's nach unten gezogen. Okay, gut. Äh, dann Physical Damage und Fire Damage hau ich auch noch drauf. Und dann nenn ich's irgendwie, nenn wir mal Fire Bolt. Und dann kann ich hier einfach das rausnehmen, glaub ich, oder? Ah, genau, Fire Bolt. Jetzt kannst du das gleich auch machen. Okay, dann ziehen wir das da hin. Einfach alles runter, ja? Ja. Dann unten einfach einen Namen eingeben. Okay, ich überlege mir mal, weil auch was schön ist. So. Sollte aber was sein, mit dem du's dann identifizieren kannst. Ja, hab ich. Okay. So, jetzt in dem Buch steht drinnen, die Combination erstmal. Ja. Also, was das alles ist. Dann, welche Materialien wir dafür brauchen. Okay, das ist nicht so schwer. Und dann Affinity Breakdown, was auch immer das ist. Keine Ahnung. Stone Swords, einmal Spell Chargement. So, aber um das zu machen, haben wir noch einiges Schweres vor uns. Schau mal. Und zwar müssen wir uns zuerst noch einen Crafting Altar bauen. Den kannst du nicht, also den müssen wir, das ist so ein Multi-Block Structure praktisch. Mhm. Äh, und zwar dürfte der unter Structures unten sein Crafting Altar, genau. Siehst du's? Ganz unten, Structures. Was für ein Ding, was? Ich war jetzt hier, ich hab das gerade angeguckt. Tuch, ganz unten Structures und dann Crafting Altar. Structures, ja. Crafting Altar. Siehst du den rechts jetzt? Ja. Ja. Also je nachdem, aus welchen Blocks man macht, desto mehr Ressourcen kann man dafür halt verwenden. Äh, wenn du jetzt nämlich mal hier weiter blätterst, dann kannst du nämlich schauen, Sandstone, ein Effekt, Brick, zwei Effekts, Witchwood, drei Effekts und so weiter und so fort. Ne? Ja. Okay, das heißt, ja, das heißt, wir bauen uns jetzt erstmal. Okay. Also, was ist am, Witchwood ist jetzt erstmal am einfachsten, ne? Ja, würde ich auch sagen. Es sollte halt aber irgendwie schön auch schon, hätte ich gesagt. Vielleicht. Achso, und das Ganze muss komplett so aussehen, wie es, wie es rechts gezeigt wird. Ja. Man kann auch hier, äh, cycle. Man kann mir die Layers allein anzeigen lassen, ne? Ah ja, genau, hier oben bei Layer 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau, so die erste, also wir können hier für die erste Ebene praktisch, äh, Witchwood, drei Effekts. Dafür, dann brauchen wir einen Redstone-Block gleich noch. Bricks, Witchwood. Ja, ja, äh, können wir uns ja gerne holen. Ja gut, dann machen wir die Hülle aus Witchwood, oder? Ja. Das ist das einfachste. Wo wollen wir den Hittern? Das ist 5x5. Vielleicht hier so? Schau mal, hier ist ein Schöner-Fair-Area. Ja, das ist, ist ein guter freier Platz. Warte, ich gucke, wie sieht die zweite Ebene aus? 5x5 ist der Boden, gell? Ja. In der Mitte. Also müssen wir das nehmen? Ach nee, wir müssen nicht das nehmen, was da, oder doch. Wir müssen immer das angezeigt wird, nehmen, was da wird, ne? Ich meine nicht. So, also zum Beispiel haben wir da jetzt einen Redstone-Block. In der Mitte. Nein, wir können das auch irgendwie kombinieren. Achso, das gibt nämlich auch die, die Möglichkeit, das mit Glas zu machen. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Genau, dann würde ich aber sagen, wir benden die Folge hier und machen das in der nächsten Folge. Was sagst du dazu? Willst du dir keinen Block mehr setzen? Ah ja, okay. Äh, Locks oder? Ich wollte nur einen, den Grundstellen setzen. Dann brauchen wir Planks oder Locks. Ich hab gesagt, da steht einfach nur Witchwood. Warte, ich schau mal. Aber das sieht doch so aus. Ah ja, Planks, 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 Planks. Passt. Wir können ja noch das Fundament legen. Okay, gut. Aber nicht in der Mitte, gell? Okay. Schön. Wie wir bauen können. Schon, gell? Gut, das war der Falsche. Ist das nicht die Mitte? Ja. So, das ist die Mitte. Genau. Nächstes Mal bauen wir uns in das Tile und Craft an unseren ersten Spell. Und dann schieße ich dich ab. Genau, dann bricht der dritte Weltkrieg aus. Oh ja, wir freuen uns auch. Also nächste Folge der dritte Weltkrieg. In Magie. Harry Potter und der Weltkrieg. Genau. Ist der achte Teil übrigens, der bald in die Kinos kommt. Von uns produziert natürlich. Genau. In der Hauptrolle hier Shavo als Fledermaus und Freddy Raff als Koala. Wieso ich als Splitter muss? Warum darf ich jetzt sein? Nee, du bist Ron Weasley. Du bist Kommener nämlich. Ja, okay. Aber in der nächsten Folge gibt es mehr davon. Okay. Gut. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.